So, oh, ich habe mir gerade eine Fahnen lassen, so Mist. Oh, da, 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 oh, du Fröhliche. Wir haben aber keine Weihnachten mehr, aber es schneit doch so schön gerade. Oh, du Fröhliche. Oh, die denken immer noch, dass es mal Weihnachten, oh Gott. Ich habe noch gegessen, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen Schlitten und ein paar Pommes. Oh Gott, die wissen auch immer noch nicht, dass es immer noch, denken immer noch, dass Weihnachten ist. Und die schicken uns immer noch Weihnachtsbriefe. Ist das zu fassen? Äh, ja, und die denken immer noch, ich wäre der Weihnachtsmann. Ach ja, die denken, oder schickt lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen Pony und einen Garten. Und ganz viele Playstation. Playstation gibt es da sich. Oh Gott, die denken immer noch, du wärst der Weihnachtsmann, John. Also echt jetzt. Die schicken dir immer noch die Briefe, Wunschschette, äh. Okay, ich bin der Weihnachtsmann, ich gestehe es. Ich bin der Santa Claus. Ja, wirklich, ich bin Santa Claus. Ja, ich bin der Weihnachtsmann, Santa Claus. Und die Kinder denken, schicken mir die Briefe, okay? Was, du bist Santa Claus? Ja, ich bin Santa Claus. John Schnee, habe ich dir noch nie erzählt. Ach, du hast das ganze Zeit verheimlicht, darum schicken wir uns immer die Weihnachtsmann. Weihnachtsbriefe? Ja, die Wunschschette gehen an dir. Ja, ich bin Santa Claus. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Aha, dann wissen wir es also. Du bist der Weihnachtsmann, toll. Darum schicken wir uns immer diese Wunschschette. Das ist der Königin von, von, von Deutschland. Oh, Mrs. Angel, ich bin die Königin von Deutschland. Ja, genau. Ich bin Angie. Oh, komm. Ich bin der Kaiser von, von Timbukto. Oh, Timbukto. Oh, ich will meine Currybratwurst haben, okay? Äh, Curry King. Also, also Angie. Ja, jetzt stinkt es ja schon wieder. Hat jemand dir eine fahren lassen? Äh, toll, sagst du sie. Sagst du sie. Ich will meine Currybratwurst haben, okay? Currybratwurst, also entweder Curry oder Bratwurst. Äh, ich habe eine fahren lassen. Haha, schön, jetzt stammt es dir schön. Okay, Bratwurst, erstellig. Äh, ich will, blablabla, blablabla. Ich bin so schön hässlich. Und ich habe den Thron gestohlen. Haha. Äh, könnte mir jemand einem das sagen, dass die aufhören? So, so, so. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Blablabla. Oh Gott, jetzt stinkt die aber total durch. Also echt, jetzt seid ihr nicht auf diesem Stuhl gesitzen, haben sie nicht mal alle Tassen im Schrank. Können sie mal aufhören, hier so durchzudrehen? Also, das ist echt nicht viel mehr lustig. Hören sie auf hier so durch. Okay, ich lasse gleich eine fahren. Oh toll, jetzt gleich. Und ich bin ja, und ich habe jetzt gerade Hunger auf Erdnüsse. Hm. Okay, jetzt gehe ich erst mal eine kacken. Ich muss erst mal kacken. Äh, was ist jetzt los? Ich habe vergessen, die Toiletten sauber zu machen. Du, was? Ja, die Toiletten sind immer noch dreckig. Na toll, jetzt haben wir jetzt den Salat. Ich habe jetzt eine fahren lassen. Hören sie auf, hier rumzufurzen, okay? Jetzt steht nicht mehr lustig. Aber ich habe wirklich eine fahren lassen. Sorry, ich muss jetzt mal furzen. Sorry, sorry. Okay, gleich gibt es erst mal eine Hand auf den Deckel. Oh, erst mal auf die Toilette gehen und kacken. Okay.